Was kannst du nur Whiterum sagen? Das wird das lange Haus gewesen sein, das wir da oben gesehen haben. Äh, da oben irgendwo. Gucken wir kurz drinnen. Ob drinnen vielleicht andere Bögen sind. Ja, da bist du grummeliger Mann mit dem Bart. Willkommen zu Krieg, Maidens. Jetzt lasst du nicht das Name Warrer sein. Wir haben viel Stahl dafür, um zu kämpfen. Schau, dich zu schützen oder etwas Schmerzen zu schützen. Nee, 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 nee. So kommen wir nicht ins Geschw- Können wir nicht mit umgehen, aber sieht schick aus. Ja, nee, tut mir leid. Guck mal hier, Drunken Huntsman. Hier werden wir wohl Bögen finden, oder? Bögen, ja. Genau den Bogen wollen wir. Hm. Ja, werden wir. Ja, wir jagen gerade deinen Bogen. Oh, hier. Ein imperialer Bogen, wahrscheinlich der, der auf dem Tresen liegt. Für 345. Das ist teuer. Aber es ist auf jeden Fall wert. Ja. Ja. Den hätten wir wirklich sehr gerne. Wir müssen jetzt nur tierisch aufpassen, dass wir ihn nicht verlieren. Also, dass wir damit nicht in Nahkampf gehen und irgendjemand den zerschlägt. Oder dass wir überfallen werden und jemand den klaut. Irgendwas in der Richtung. Ja, kommt mir da mit. Und dann hätten wir noch ganz gerne Stahlpfeile. Die sind viel zu teuer. Wir müssen auch, ja, 25 Stahlpfeile für 200 Septim. Sind wir pleite. Aber was bringt uns einen Bogen, wenn wir nur vier, fünfmal schießen können? Ja. Ja, da mit. Okay, das war's dann auch schon. Danke. Warte mal. Wo könnte ich nach Arbeit fragen? Ja, du wirst froh sein. Und ja, das war der Bogen. Und wir hätten ihn einfach stehlen sollen. Aber wann und wie? Er wird fast die ganze Zeit am Tresen sein. Und schräg gegenüber saß diese Dunkelhilfe. Außerdem ist es gefährlich. Und es wäre schade, wenn wir Wildrun nicht da betreten können, weil wir hier als Dieb besucht werden. Das heißt, wir gehen jetzt hoch und hoffen, dass der Steward da ist, damit wir ihm das Schwert seiner Tochter gehen können. Also, wir könnten auch mit dem Schwert durchbrennen, aber gleiche Gründe wie beim Bogen. Aber wir können uns das Schwert einmal vorher anbauen. Da, Balgroves Greatsword. Ja, sieht schick aus. Muss aber in zwei hin, ne? Für uns also nicht so wirklich interessant. Wow. Sehr groß. Da sitzt der Jarl auf seinem Thron. Wir kommen, glaube ich, gerade aus einer schlechten Zeit. Wir werden Mittag essen. Abendbrot? Mittag. Ja, wir setzen uns mal hier an die Seite. Und warten so ein Stündchen. Wenn wir hoffen, dass die feine Gesellschaft dann fertig ist mit ihrem Essen. Und wir mit dem Steward sprechen können. Ja. Da ist der Jarl. Eine Dunkelelfe, eine gut gerüstete Dunkelelfe direkt neben ihm. Aber niemand, der so aussieht, als wenn er ein Steward wäre. Gucken wir uns ein wenig um. Ein Magier. Hallo, du. Kommt zu Dragons' Reich, um die aufgehörigen Hostilien zu diskutieren. Wie den Rest der großen Krieger. Nein, nicht wirklich. Und es wäre sehr höflich, wenn du dich zu mir umdrehen würdest. Ja, gut. Du weißt, wenn du die Aptitude hast, solltest du das Magierkollege in Winterhold sein. Ja, wir haben die Gabe. Aber College klingt nicht gerade sehr interessant für Markus gerade. Was er uns aber gesagt hat eben gerade, falls ihr es vielleicht nicht mitbekommen habt, er hat uns gesagt, wie der Steward aussieht und wo er sich so normalerweise rumtreibt. Also entweder hier direkt beim Jarl oder oben. Das heißt, wir schauen uns einfach mal um. Und falls irgendjemand fragt, sagen wir, wir suchen den Steward. Das ist sehr schön, dass wir wirklich das Schwert dabei haben von der Schmiedin. Sodass wir auch eine Ausrede haben, uns hier umzugucken. Dolch. Aber wenn jetzt irgendetwas verschwinden würde, dann wüssten die das wieder sind. Trainingsraum? Was zur Hölle machst du da auf dem Tisch? Du bist der Steward. Hallo. Ja, und wir haben hier ein Schwert für dich. Von deiner Tochter. 20 Septim. Ja, dafür, dass wir nur was hin und her tragen mussten, ist es in Ordnung. Wir könnten irgendwie nicht Smalltalk betreiben, aber nein. Wir haben Hunger. Wir wollten heute noch irgendwas Produktives mit dem neuen Bogen anfangen. Wo geht es denn hier hoch? Achso, da oben rauf. Sehr komisches Konstrukt. Na gut. Gehen wir hier lang. Gehen wir da runter. Und raus. Mit dem Jarl haben wir nichts zu schaffen. Den sollten wir nicht einfach so ansprechen. Schon viele Kinder hier. Das werden wahrscheinlich die Kinder des Jarls sein. So, haben wir noch was zu essen dabei. Wir haben das alles nicht gekocht. Das können wir essen. Käse können wir essen. Das kleinen Mittags-Snack. Sonst bräuchte ich mir eine Feuerstelle. Genau, das Gebäude da. Wird das Gebäude der Companions sein. Was die Schmiedin unten erwähnt hat. Ist Chris 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 Chris. Das hat einen sehr skurilen Namen. So, wir hätten schon mal ganz gern den Bogen markiert. Und wir hätten gerne unsere Sternenpfeile. Und Gemüse kaufen, wenn nicht Gemüse pflücken, wenn er will. Das ist ein wenig was günstiger. Alles schön warm, schön glücklich. Oh ja, da ist eine Schmelze. Das heißt, Markus sollte sich demnächst mal damit auseinandersetzen, wie man die Schmiedekunst anfängt zu lernen. Dafür bräuchten wir ein Buch. Also ähnlich wie unser Survival-Buch, das wir haben. Was uns ja auch immer sagt, wie wir welche Knochen zu schnitzen haben und dergleichen. Bräuchten wir auch ein Buch für die ersten Handgriffe bei der Schmiedekunst. Aber diese Bücher sind relativ teuer. Das heißt, wir sollten die Augen offen halten, ob wir in irgendeinem Banditenlager vielleicht so etwas finden können. Können wir jetzt jagen. Kuchse, Elche, Rehe. Mudcrabs. Wobei wir Mudcrabs nicht unbedingt mit dem Bogen erlegen sollten. Die sind ja doch recht hart gepanzert. Dann nehmen wir lieber das Schwert, das Elfenschwert. Und vielleicht den ein oder anderen Banditen, sofern er nicht so schwer gepanzert ist. Gucken wir uns doch mal hier um. Also aus der Richtung kamen wir vor fast einer Woche. Richtung Westen ist das. Oder sollte es sein. Richtung Markas. Und in die Richtung können wir uns mal ein wenig umschauen, wo wir gerade hier sind. Das ist zwar wesentlich flacher, aber so viel übersichtlicher auch wieder nicht. Über so kleine Zerklüftungen. Wie gerufen. Bleibst du da? Da ist noch einer. Markus wird müde. Warum wirst du müde? Du hast gerade eine Stunde im Dragon's Reach rumgelümmelt. Um zu warten, bis die Herrschaften mit dem Essen fertig sind. Da hinten ist so ein kleines Ding. Das könnte es sein. Mist. Gut, wir können einfach die anderen auch anschießen. Und wo? Du da? Bist du das vielleicht gewesen? Folg mal unauffällig dem da. Da. Es sind zwei. Okay. Behalt den im Auge. 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 Wo ist er hin? Da. Ist das ein Säbelzahntiger? Das ist ein Säbelzahntiger. Was? Du bist nicht schon wieder dieser Khajiit, oder? Ah, und der Säbelzahntiger frisst gerade unsere Beute auf. Mann, was ist der Khajiit? Was ist das? Ja, verständlich. Aber keine Sorge. Wir lassen deinen Fähl schön in Ruhe. Gut, wir sollten nicht weiter in die Richtung jagen. Ein Säbelzahntiger ist doch noch etwas außerhalb unserer Künste. Wir könnten aber, bevor wir uns Richtung Lager aufmachen, kurz da vorbeischauen und sehen, ob die Viecher vielleicht noch zu gebrauchen sind. Irgendwas von der Haut. Und da sind zwei Mudcrabs, aber das sind recht große. Was auch nicht so schön ist, ist, dass wir unsere Pfeile gerade alle in die Himmelsrichtung verschießen. Und sie nicht wiederbekommen, weil die damit durchbrennen. So, du. Du hast unseren Stahlpfeil. Mhm. Da ist zwei Stahlpfeile. Was ist das? Oh oh. Du. Bist das nicht. Was sind das? Da sind nur Attrappen da oben drauf. Also da sind auf jeden Fall Banditen drin. Da müssen wir vorsichtig sein. Und das Ding ist wieder weg, weil wir keine Puste mehr haben. Aber da gucken wir mal weiter. Wir gehen jetzt in die Richtung und wir schießen jedes Reh, jeden Hirsch, alles an. Bis irgendwann irgendwas davon tut und umfällt und wir ein paar Pfeile zurückbekommen. Außerdem ist es gute Übung. Auch wenn die Pfeile teuer sind. Und der Bandit sieht aber nicht sehr gut gepanzert aus da oben. Was aber nicht heißt, dass es an den Kollegen das nicht sind. Hier irgendwo... Hirsch? Reh irgendwas? Oh, und das Rätsel wäre auch noch... Ungutes Gefühl. Troll! Lauf! Lauf, 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 lauf. Lauf mal hier zu den Banditen. Lauf mal hier zu den Banditen. Troll? Hm. Also irgendwo da ist ein Troll. Irgendwo da sind auch unsere Wildtiere mit den Pfeilen. Hier ist eine imperiale Patrouille. Und zwar eine richtige diesmal. Ohne Gefangene oder irgendwelche reichen Leute, die eskultiert werden. Da ist wieder so ein Viech. Komm, wie viele Pfeile haben wir noch? 20 oder so. Weg ist er. Scheint auch nicht wirklich beeindruckt gewesen zu sein von dem Pfeil. Und dabei ist er schon ein relativ guter Bogen. Ja, aber dich können wir im Auge behalten. Das ist gut. Jetzt nicht mehr, weil du hinter dem Hügel verschwindest. Komm, komm in unsere Richtung. Hm. Aber es müsste die richtige Richtung sein. Irgendwo hier war dieses Rätsel mit den drei Schiebesteinen. Oh, da bist du ja. Da sind sogar ziemlich viele davon. Waren da die Steine? War das hier? Faut ein bisschen so aus. Noch so ein anderes Vieh. Na komm, warum nicht? Und gib ihm. Na. Aber der bewegt sich schon recht schleppend. Also er ist immer noch schnell, aber er scheint, was abbekommen zu haben. Oh, was machst du denn da direkt vor unserer... ...Kämme. Weg ist er. Und Markus ist am Keuchen und Keuchen und Keuchen. Ja, dich da. Dich erwischen wir noch.